Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Auch heute an Tag 17 sehe ich gleich aus wie die letzten seit 12, weil ich bin immer noch sehr erkältet und ich bin froh, wenn ich gerade meine Stimme sehr schonen kann. Für mich ist das Drehen von Videos gerade sehr, sehr schwierig, weil ich einfach nicht lange etwas erzählen kann. Und ich bin heute hier für euch, um euch Päckchen Nummer 17 auszupacken mit der Laura. Alle Informationen über unsere Aktion, über unsere Verlosung, die am 24. stattfindet. Eigentlich wollte ich ja schon am 15. euch zeigen, was in der Verlosung bei mir gezeigt wird, aber ich habe mich dann während des Videos innerhalb von ein paar Sekunden entschieden, das euch einfach am 24. zu zeigen, weil ich auch ein schönes Video hoffentlich für euch gestalten kann und es hoffentlich bis dahin mir 10.000 Mal besser geht. Das wird aber zur Verlosungsvideo, das wird separat gedreht. Also am 24. bekommt ihr das Türchen Nummer 24 und noch ein extra Video für die Auflösung der Verlosung und wer gewonnen hat und was ihr gewonnen habt vor allen Dingen. Und ich hoffe, ihr bleibt jetzt einfach mal geschwind dran, um zu schauen, was ich in Türchen Nummer 17 drin habe. Und zwar ein Öl, ist das Öl. Ein Oil Riches Reinigungsöl. Ha! Das ist aber geil! Entfernt sofort sogar wasserfestes Make-up. Laura, du kennst mich, ich benutze sehr viel wasserfeste Sachen, sehr viel Schimmer und das ist von L'Oreal. Also ich habe ja von L'Oreal eigentlich sowas gar nicht. Wie riecht ich muss sagen, ich weiß, ach so, das ist so ein Druckspender. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, liebe Laura. Und vielen, vielen Dank und ihr Leben sehe ich morgen an Türchen Nummer 18 wieder.